Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem kuscheligen Kanal. Freunde, ich freue mich sehr, wir haben heute den neuen Song von Nina Chuba am Start. Und ich finde es mega nice, das ist der erste Song, den wir jetzt so quasi direkt uns anhören, nachdem er rausgekommen ist. Denn ich habe Nina Chuba vor ungefähr drei Wochen für mich entdeckt, habe sie dann direkt auf dem Splash live gesehen. Wobei, wie lange ist Splash her? Ich sage mal, ich habe sie vor drei, vier Wochen entdeckt. Eine Woche vorm Splash habe ich sie entdeckt. Dann haben wir uns einige Tracks aufgeholt. Mein Lieblingssong von mir ist aktuell immer noch Feminello und alles gleich. Wir haben zu Feminello natürlich eine Reaction gemacht, zu Tracksuit Valoo eine Reaction gemacht. Wir haben zu neben mir eine Reaction gemacht. Und jetzt sind wir am Start mit Wildberry, mit Wildberry Lillé. Und wir kennen alle schon die Hook, den Catch natürlich von TikTok. Unsere For You-Page war voll, aber wir haben uns auch nicht beschwert. Wir haben uns nicht beschwert, wenn sie da kam und kurz gedenct hat im Park. Und ich bin sehr gespannt, ganz kurz, Wildberry Lillé, soll ich es probieren? Ja, nein, vielleicht. Wenn ja, wenn ihr jetzt sagt ja, wenn ich mindestens zehn Leute sehe, die ja sagen. Und zehn ist ein bisschen wenig. Egal, wenn ich ein paar Leute sehe, mache ich auf Instagram live taste-testing zu Wildberry Lillé. Ich glaube, ich habe noch nie Lillé überhaupt getrunken. Bestimmt, ich habe einiges schon getrunken. Egal, wir werden reinhören. Wir haben leider nur einen Visualizer, wo wir sie hier sehen und kein richtiges Musikvideo. Aber egal, ich freue mich drauf. Links im Original ganz oben in der Beschreibung. Lasst gerne Support auf dem Video von ihr erst mal da. Und ergeben uns jetzt Wildberry Lillé von Nina Chuba. Let's go. Ey, das Ganze ist übrigens produziert bei A-Side. Ich liebe A-Side. Unfassbar talentierter junger Mann. Der Beat kommt richtig gut, Mann. Den haben wir noch gar nicht so gehört in der Hörprobe. Oh, ich mag den Flow. Und das fühle ich halt bei ihr so, diese Stimmvariation. Dass sie eben dieses hohe und jetzt aber so bam, dieses tiefere machen kann. Ich will nicht warten, will, wenn ich aufwache, in dein Gesicht ziehen. Weil Budget in der Garage und Flamingos in meinem Garten. Will am Tisch die besten Karten. Ich will haben, haben, haben. Ich will Lila, dass ich stapelt. Ich will Nina auf Plakaten. Oh, das finde ich cool. Ich will Nina auf Plakaten. Nice. Haben, haben, haben. Ich will Lila, dass ich stapelt. Ich will Nina auf Plakaten. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will Immo's. Ich will Dallas. Ich will fliegen wie bei Marvel. Das ist halt ein Hit. Das ist ein Hit. Ich sehe jetzt schon, das Song ist mir leider zu kurz, Mann. Ich hätte gerne den Song ein bisschen länger gehabt. Da wäre ich ein bisschen fuchsig, werde ich sagen. Aber das ist so catchy, Mann. Richtig geil. Auf jeden Fall was Freshs für die Playlisten. Weil das kennt jeder jetzt schon durch TikTok einfach, Junge. Hunger also nehm. Ich will alles von mir fähig. Ich will mich für meine Mama an der Küste von Karkania. Schon frisch und keiner grießt und dein Whiteberry lili. Was sind Canapés? Was sind Canapés? Ich hab bei Canapés irgendwie so ne Teigtasche im Kopf. Teig. 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 So französisch Teig. Weiß ich aber nicht. Ocean View und Beach Waves. Ich hör mir ne Insel. Irgendwo in der Südsee. Da wohns keiner. Finde. Privates. Boah, dieses im Hintergrund. Wirklich A-Side-Junge. Der hat da auch auf seinem Touchpad, hat er wiederum getippt, der Mann. Plaschen in Champagnerbecken, Baden. Will für immer alles gratis. Ich will haben, haben, haben. Ich will lila, dass ich stapelt. Ich will Nina auf Plakaten. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will Immos. Ich will Dallis. Ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger allgemein. Ich lehre alles von mir fliegt. Also ich sag's jetzt, wie sich der Beat so aufbaut, ist wirklich sehr, sehr angenehm fürs Ohr. Das ist so, als ob jemand kleiner, so ein kleiner Mensch beim Ohr drin ist, der das so ein bisschen streichelt von Ende. Ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich nähre alles von mir fliegt. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Cacania. Zum Frühstück keiner bläst und ein Whiteberry-Lily. Hört euch diesen Beat an, Junge. Ich will Immos. Ich will Dallis. Ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück keiner bläst und ein Whiteberry-Lily. Ich will Immos. Ich will Dallis. Ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück keiner bläst und ein Whiteberry-Lily. Geil, Mann. Ey, ultra, ultra gut geworden. Leider, ey, ich sag's ehrlich, leider ein bisschen kurz. Ich hätte mir gerne noch entweder den etwas längeren ersten oder zweiten Part gewünscht oder sogar noch den dritten Part. Ein bisschen mehr noch hätte ich mir gewünscht, einfach von der Länge her, ja. Weil jetzt haben wir basically die Hook bekommen und halt zwei kleine Parts so. Aber, ey, ist vielleicht auch meckern auf hohem Niveau, weil ich bin einfach froh, dass der Song endlich draußen ist, dass wir den streamen können, Junge. Und, äh, ich mag nicht nur True Viper. Gerne, Mann. Checkt auf jeden Fall meine anderen Reactions zu ihr aus, wenn ihr wollt. Und, ähm, wie gesagt, ey, das Whiteberry-Lily-Taste-Testing und eventuell auch zu Canapés. Kommt dann auf Instagram. Checkt das gerne ab. Es sei denn, also ich bin, äh, ich hab Zuleki, das heißt, ich bin allergisch gegen Gluten, Glutenunverträglichkeit. Wenn Canapés wirklich irgendwas mit Teig und so ist, muss ich es eventuell selber machen. Dann kann ich es nicht einfach so essen. Müssen wir gucken. Aber, ähm, ich bin super gespannt. Wir werden uns die anderen Songs von ihr noch anhören, äh, die rausgekommen sind. Wir haben auch einen englischen Song schon angehört von ihr. Wie hieß denn der noch? Wir haben schon vieles gehört, okay? Wir werden den restlichen Songs noch aufholen. Ich wollte jetzt hier nur am Start sein. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag heute. Bleibt bitte so gut aus, wie ihr seid, weil das seid ihr tatsächlich. Und, äh, dann sehen wir uns, äh, ja. Tschüss.